Am dritten Tag der diesjährigen Henguang Militärübung wurde auch auf der Jadong Autobahn im süd-taiwanischen Landkreis Pindong geübt, die als Behelfsflugplatz dienen kann. Die Militärübung hat zahlreiche Militärflugzeugfans eingeloggt, um die Übung zu fotografieren oder zu filmen. Die Militärflugzeugfans sind begeistert darüber, dass sie auf einem Ananasfeld die Kampfflugzeuge so nah fotografieren können. Die meisten sind mit den besten Kameras ausgerüstet. Viele haben Aluminiumleiten mitgebracht. Manche haben sogar Kräne bestellt, um die Flugzeuge von oben zu fotografieren. Aus großer Begeisterung halten alle ihre Daumen hoch.